Dein Switch-Controller verbindet sich nicht mehr mit der Konsole, das kann mehrere Ursachen haben. Zum Beispiel kann der Abstand zwischen Controller und Konsole zu groß sein. Reduziere diesen und dann verbinde den Controller nochmal neu mit der Konsole. Die Anzahl kann natürlich auch ein Problem sein. Vielleicht hast du schon mehr als 8 Controller an eine Konsole angeschlossen. Dann kannst du auch keinen weiteren mehr anschließen. Ist der Controller vielleicht nicht genug geladen, überprüfe dies, indem du den Controller an ein Ladekabel anschließt. Vielleicht hast du auch die Nintendo Switch noch im Flugmodus. Diesen solltest du deaktivieren, bevor du den neuen Controller wieder anschließt. Äußere Störfaktoren können die Verbindung zwischen deinem Controller und der Switch stören. Dies tritt zum Beispiel häufig in der Bahn oder an vielen belebten Orten auf. Suche dazu einen ruhigen Ort. Manchmal sind aber auch massive Gegenstände aus Metall oder aber andere Faktoren eine Rolle. Hier solltest du möglichst viel Abstand zu solchen Sachen generieren und dann probiere einfach mal, ob das Problem dadurch behoben wird. Und das sind mögliche Ursachen, wenn sich dein Nintendo Switch Controller nicht mehr mit der Konsole verbindet.